so Moins Leute und herzlich willkommen beim 13. Tischen vom Adventskalender mit Dodgeball was ist Dodgeball ja gute Frage Spaß das ist so eine Art Völkaball wie man es aus der Schule kennt ganz klassisch woops noch nicht und jetzt die Leute zack ähm ich bin das gelbe Team hier man steuert das mit der Maus kann die Leute hier ein bisschen pwnen hat sich auch kann ich ein bisschen pwnen ah da war ein Tiefeld oh da fand er ist er ja 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 und Angriff you win sir ich hab gewonnen es geht bis zu den finalen Runden wenn man das so sagen kann Dodgeball oh den ersten hab ich schon mal oh fail nein ich will doch nur den Ball haben ähm ich kann nur einen steuern das ist ein bisschen fail hier aber auf in die Menge oh nein okay die sitzen hier schon draußen verletzt nein ich glaub ich verliere gerade oder kann das sein aber wenn ich jetzt verliere dann wird es ein ziemlich kurzer Adventskalender ein geweckter oh 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 double gleichzeitig ausgeschaltet ich lauf rein oh mein gott wie fail ja ähm das war ein verdammt kurzer Adventskalender aber was soll es kurz wir müssen es auch geben ich hoffe euch hat es gefallen das kleine Game war es ein bisschen auch schon wie Völkerball aber jo von daher haut rein bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss